willkommen ihr lieben zu einer weiteren folge lesber clash of plans mit mir dem thorsten und ihr seht dass ich bin immer auf den donnerbengel account hintergrund ist eigentlich dass ich eigentlich ja eigentlich eigentlich gestern abend beziehungsweise am mittwochabend auch auf youtube stehen wollte allerdings hat mir irgendwo die technik ein strich durch die rechnung gemacht das heißt mein stream stand da immer auf warte jetzt auf toto clash als die erinnerung abgelaufen war also die zeit abgelaufen war dann kann man nicht online auf twitch war ich da schon die ganze zeit online und dann habe ich irgendwie im laufenden betrieb nicht mehr hinbekommen aufgrund der stream schluss oder was auch immer auf youtube live zu kommen zudem habe ich mir dann auch noch ein bisschen was anderes sagen lassen erzähle ich euch aber während wir hier noch ein paar kämpfe sehen wir hatten ja also ein gmail open match der best clasher beziehungsweise die spielen immer im clan best smasher ihre events gegen erit erit hakus so hieß so heißt der gegnerische clan und das ganze ja habe ich dann am ende eigentlich nur noch auf twitch live gestreamt so weit wie es ging ich habe den anfang mitgenommen und nehme aber jetzt das ende hier mit habe ich dann da schon im stream gesagt da mache ich halt für die youtube nachwelt so eine art recap der recap ja der wäre mir fast flöten gegangen denn wir hatten eine wartungspause das kam noch dazu da habe ich schon gesagt ade recap aber nein wir haben ein paar kämpfer ich springe mit euch rein und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was anderes vor allen dingen wenn es so ein bisschen um die streams geht ich habe da ich will nicht sagen jetzt gerade negative erfahrungen gemacht aber es geht da so ein bisschen um so ein rechtliches geplänkel wir gehen aber mal in den ck rein was natürlich schade ist dass die recaps nicht mehr da sind beziehungsweise die wiederholung nicht mehr da sind also die schönen angriffe die ich ja teilweise noch live gesehen habe die kann ich jetzt nicht ohne dass wir irgendwas auf der auf der leinwand szenen nach dokumentieren also dabei waren sui lalu dabei waren hock angriffe ich war hier dann ja noch ein bisschen länger beziehungsweise habe dann heute auch noch mal geschaut bevor es die wartung gab und naja dementsprechend wäre das jetzt blöd wenn ich jetzt euch erzähle ja der hat das so gemacht auf die base und zwar so 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 ohne dass man was sie das auch ein bisschen doof aber ich kann euch trotzdem noch ein paar nette angriffe versprechen und auch zeigen finde ich auch ganz gut ich glaube das ist dann auch ganz fair gegenüber denen die wir gestern schon im live stream gesehen haben wir also noch mal sehen will auf twitch kann man den noch 30 tage schauen da könnte noch mal reingucken es kann sein dass da so der ein oder andere dass die ein oder andere tonpassage auf twitch fehlt das liegt dann einfach daran dass ich ab einem bestimmten moment dort einen song request immer an habe so dass wir einfach ein bisschen mucke hören ohne meine komische nsc playlist das kann ich natürlich nicht machen wenn ich dann gleichzeitig auf youtube steam aber das wird vermutlich sowieso aufhören denn ich habe natürlich dann heute mal nachgefragt leute wo kann mein problem sein dass der stream nicht übergreift das heißt also der stream fängt nicht an und da steht dann die ganze zeit warten auf tuto clashed und mein stream ist eigentlich online aber nicht in dem wo die leute gerade alle warten sondern er macht dann irgendwo was neues auf hat aber auch nicht so richtig funktioniert und dort habe ich dann so vorzuhören bekommen ja ja absatz 22 der richtlinien von twitch dass ich zeitgleich gar nicht stream darf eigentlich also gemäß der richtlinien darf man nicht zeitgleich auf einer auf einer gleichen plattform simultan das gleiche streamen wie auf twitch so heißt es da erst 24 stunden nach beendigung des streams auf twitch darf ich das woanders veröffentlichen das heißt ich könnte es dann aufnehmen und könnte euch das ganze irgendwo zurechtschneiden ich sag mal so special oder best of unter youtube dann hochladen aber das ist auch ein bisschen doof und da habe ich mich aber heute mal ein bisschen schlau gemacht und leider ist es so aber schöne drei stelle hier von toni montana ich habe gestern auch schon gedreht gegen also also ich bin auch da nicht parteiisch oder so ich war auch gestern nicht parteiisch auch wenn sich manchmal so angehört hat weil ich ja bei dem best clash an mit diesem account schon sehr lange bin aber nichtsdestotrotz hat das gut gemacht hier und das war einer der vielen oder wenigen angriffe die wir eigentlich noch sehen können der janik hier auf die nummer 96 auf 9 schokotorte daher ja nicht weil ich ihn kenne aus 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 mainstreams und auch aus meinem discord und ich hab dich jetzt leider mit drin aber ist ein sehr sehr netter angriff gewesen und ja um da noch mal auf die streams zurückzukommen ich habe immer gedacht das gilt nur für twitch partner das bin ich ja noch lange nicht und wäre es wahrscheinlich auch nie aber nein dass das gilt für alle die das sogenannte affinität affinität programm dort abgeschlossen haben und unterschrieben haben das heißt also in dem moment wo du eigentlich wo twitch mit dir einen vertrag aushandelt so nach dem motto so streamer jetzt kannst du auch geld verdienen und kannst auch spenden sammeln und bits bekommen und weiß der geier kannst du darfst du dies und jenes nicht da es gibt da halt gewisse klauseln und ja da bin ich natürlich ein bisschen hellhörig geworden habe gedacht naja es heißt immer wo kein kläger da kein richter aber ich möchte mir da trotzdem nicht irgendwie das von irgendeinem das salz in der suppe vermiesen lassen und ich kann mir vorstellen dass es halt jetzt entweder keine youtube-streams mehr gibt von mir sondern nur noch videos so wie ich das eigentlich ja auch geplant habe ich wollte eigentlich auf youtube nicht wirklich oft streamen sondern die twitch plattform als plattform natürlich weiterhin nutzen schön gemacht hier mit drachen und den betz bells also auch hier im elfer bereich brennt da mit dem betz gar nichts an und deswegen bin ich bin ich da so ein bisschen ja ich muss sagen ich muss jetzt ich bin ein bisschen vorsichtig ich lese mich dann noch mal schlau ich kann natürlich auf youtube streamen allerdings dann ist nicht den gleichen content dann gleichzeitig woanders beziehungsweise eigentlich schon denn youtube hat dann nie so das problem mit aber twitch scheint an probleme zu haben nichtsdestotrotz streame ich natürlich weiter auf twitch dann halt ich war verweise dann ja auch oft genug dahin das heißt wenn ihr mich halt öfter live sehen wollt dann müsst ihr auf diese plattform wechseln mehr kann ich ja nicht sagen ob ihr das haben wollt oder nicht das überlasse ich nicht überlasse ich natürlich auch es ist genauso entschuldigt kostenfrei wie auf youtube auch das heißt account stream aussuchen toto clasht und dann kann das losgehen also nichts anderes als es auf youtube eigentlich auch ist das heißt die mitgliedschaft ist völlig umsonst und so findet ihr dann auch wahrscheinlich mal ein paar andere clash of clans streamer weltweit die auch nur auf dieser plattform nämlich auf twitch stream ich kenne da schon ich kenne da mittlerweile einige die das machen die haben dann teilweise auch gar noch nicht manchen haben nicht einen youtube-kanal oder so oder halt nun ganz ganz klein das finden die dann gar nicht sondern sie machen das ausschließlich auf twitch dafür switch auch da zum stream aber wir sehen hier den feuerstern erstmal mit seinen helden das heißt also mit mit zwei helden hier die hatte jetzt allerdings sterben lassen hat jetzt oben kommt das sicher über das rathaus rein also er nimmt das rathaus dann schon mit drachen mit hätte jetzt auch mit zwei larkies machen können aber die sollen sicherlich noch irgendwo ein stehen gebliebenes gebäude machen und so kommt er hier mit den drachen wunderbar rein der fahne ist eigentlich ist er nicht so gut aber die das passing der drachen unter loons passt nicht schlecht jetzt wird der worden gezündet denn in der mitte ist natürlich extrem viel beschuss auf die auf die drachen und mittendrin kommen jetzt die betts also auch immer auch die taktik immer noch gerne gerne genommen das heißt also man setzt sie nicht irgendwo außen dass sie in die base reinfliegen sondern sie nehmen ein super wichtiges gebäude raus wie zum beispiel ein inferno turm direkt denn auch ein inferno turm der auf multi steht kann gegen diese masse an betts nicht an ja wie soll man sagen anstrahlen der kann nur fünf ziele maximal aufnehmen und das macht er natürlich sehr schnell die fledermäuse haben natürlich so gut wie keine trefferpunkte also nur sehr sehr wenig trefferpunkte und dementsprechend muss man da denn doch mal frisen wenn er noch ein magertum ist dann wird es noch ein bisschen gefährlicher aber so wie er es hier macht mit den loons auch und die haben viele trefferpunkte hier max loons und auch level 7 loons er hatte jetzt glaube ich level 7 loons dabei ja als rathaus elfer die haben auch schon reichlich trefferpunkte also 6 und 6 7 8 sind schon nice also die loons ist auch eine sehr sehr starke truppe und ist glaube ich auch schon ewig nicht mehr genervt worden ich glaube das letzte mal oder halt verändert worden ich glaube das letzte mal auch vor zwei oder drei jahren aber so hat er das hier schön gemacht der feuerstein von den best meshern also das sind die best clasher und was wir hier nicht gesehen haben und auch nicht sehen werden wir haben hier keine dips gesehen sondern nur sogenannte hit ups das heißt also 9 macht 9 10 macht 10 und 11 macht 11 und 12 macht 12 oder aber 9 macht 10 10 macht 11 11 macht 12 anders war es an der stelle nicht möglich oder natürlich auch 9 macht 11 oder 9 macht 12 haben wir auch gesehen kann ich euch leider nicht mehr zeigen auch schöne angriffe gewesen ich habe euch versprochen dass ich die drei sterne hier nach der wartungspause noch für euch mitnehme und wir sind hier jetzt schon im 12 12 bereich auf beziehungsweise vom caso der caso hat ja auch drei sterne selber kassiert in dem ck und zwar ziemlich zu anfang schon da gab war auch rathaus 12 auf rathaus 12 logo und hatte schon sehr sehr früh drei sterne kassiert das hat auch glaube ich ein bisschen die die truppe hier moralisch schon ein bisschen zurückgeworfen also ich merke das immer so ein bisschen in den glanz wo ich schon so ein bisschen länger bin dass wenn der gegner erst mal den ersten oder zweiten dreier rein fährt dann wird wird die stimmung schon so ein bisschen gedrückter kurzfristig ja man päppelt sich dann natürlich wieder auf und findet er findet dann allerhand ausreden hat er nur glück gehabt und und so weiter ihr wisst was ich meine aber man muss natürlich auch dem gegner dann letztendlich zollen dass er gute angriffe gemacht hat guten angriff gemacht hat bisschen glück ist sicherlich immer dabei denn clash of clans besteht nicht nur aus super können hier super queen charges wie der caso das hier eigentlich vormacht sondern clash of clans besteht auch ein wenig manchmal aus ein bisschen glück ein bisschen glück hat man muss man immer haben egal ob das im rl ist oder hier im game ist das gehört einfach ein bisschen dazu rathaus ist noch nicht aktiviert 32 prozent hat er jetzt erst aber die queen hat unten schon mal richtig nett aufgeräumt rathaus ist jetzt aktiviert und die ganzen bowler da hatte glück gehabt dass sie nicht jetzt alle in der bombe gestorben sind die worten zündung absolut perfekt auch lange genug dass da noch ein paar bowler überleben das heißt also die megaminer dort und jetzt geht es mit zeppelin hier richtung mitte der zeppelin fliegt ja richtung rathaus also schnurstracks der nimmt auf dem weg ein bisschen was mit wo ein paar bomben abfallen lassen kann aber hier wird die mitte mit walküren entkernt schaffen die das ja die schaffen auf jeden fall den die adler artillerie die ist jetzt auch schon mal weg und die walküren sind vor allem noch leben das heißt sie können immer sie können mithelfen oftmals ist ja auch so dass wenn ihr walküren in der mitte schicks dass die auch so ein kleines himmelfahrtskommando sind das heißt also du schickst da fünf stück rein und keine kommt keine kommt mehr raus aber hier sind die noch mal gut dabei gehen noch mal nach außen jetzt auf den x-bogen der entfernung tut jetzt nicht mehr ganz so doll weh vor allem nicht einer voll in heilung voll oder in der in der vollen heilung der der queen die wieder die ganze zeit jetzt hoch geheilt und ist jetzt schon fast wieder grün unten hat noch magier geholfen dass die truppen die nach außen gehen das aus kein zeitfeld wurde also schön gemacht hier hat sich der k so ganz nett gerecht hier auf die nummer vier auf den kamo und ich habe aber ein glaube ich habe ich noch für euch ja ich muss mal eben gucken es ist noch ein angriff von der nummer eins vom clan eritakus gegen den 50 von den best clashern auch wenn ich gesagt habe dass ich das oder ich zeige jetzt immer weniger bases die zwei sterne in seinem recap bekommen haben zum schutz vor den bases heißt es immer denn dann kann man natürlich schon so ein bisschen sehen ich meine die 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 im ck bestreiten denen ist das egal ob ich das kippe oder nicht die haben die bases gesehen haben sich vielleicht gestream schottet oder was auch immer aber so ein bisschen verstehe ich das auch wenn meine base noch nie gedreiert wurde und irgendjemand zeigt die ganze zeit zwei sterne angriffe dann kann man da natürlich darauf planen auf solche bases dass man denjenigen dann trifft das ist ja dann eher unwahrscheinlich oder ja ich weiß nicht ob das dann so wahrscheinlich ist so nach dem motto nein zeigt bloß nicht meine base ich meine in so einem turnier ist das natürlich schon 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 etwas wenn ich jetzt ein recap mache und zeige euch die ganze zeit zwei sterne wie knapp wie knapp dann kann natürlich jemand der im laufenden turnier ist der guckt sich dieses video an akumatoto zeigte die bases die haben nur zwei sterne geschafft aber wenn ich das so mache so mache so mache dann kann ich natürlich drei holen und deswegen mache ich das an der stelle jetzt immer weniger bei uns wenn wir so spielen bei den spätsel ist oder so auch normale cks bei den herausforderungen wo ich halt auch immer bin da ist das nicht so aber hier jetzt gerade bei dem recap was man sich ja noch angucken kann im laufenden turnier das turnier läuft ja noch also die gml open ist ja jetzt gerade ist angefangen und da kann man sich dann natürlich schon ein screenshot von der base machen kann sehen aha so wie es eigentlich eben so ein bisschen gesagt habe der schräge vogel hier hat auch selber zwei sterne kassiert ich glaube mit 80 prozent oben ich denke mal das hat auch keiner mehr geholt das waren schon ziemlich viele auf seine doch sehr starke base und hier im unteren bereich jetzt mit mit pecker hat das der der ich glaube da unten war ein magier und ein bogenschützentor eine bogenschützentor ne hatte gleich dabei das war magier dass sich der turm gerade so einmal umgedreht hat manchmal sind es auch so ganz so die kleinigkeiten wo man die man vor allen dingen nur in wiederholung sieht so nach dem motto ach deswegen hatte ich hier ein problem dass meine truppen noch mal nach außen gezogen wurden weil da noch 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 irgendwas nicht weg war und dann sind die die ganze zeit im feuer so wie das hier der fall war 43 sekunden noch hier für den schrägen vogel pecker noch am start eisgolem noch am start die heiler heilen da dauerheil obwohl das glaube ich nur noch einer ist aber es reicht ja da war jetzt erstmal der worden dran switch der heiler wohl noch mal auf ein anderes target ja da hat gerade ganz ganz kurz glaube ich einmal geswitcht auf die eine pecker dame denn die hat gerade schaden bekommen und der worden war hochgeheilt aber jetzt müssen die jetzt hat er nichts mehr oder fast nichts mehr nur noch ein bowler von dort und ein bowler noch von außen die jetzt noch mal durch eine mauer vor allen dingen müssen und wenn du kein bowler mehr hast dann müssen die in jedem fall durch die mauer der bowler kann ja noch sein sein weitschaden machen aber der schräge vogel macht die 99 ich weiß ich habe eben gesagt ich zeige nur drei sterne zum schutz der basis aber sind wir ehrlich das sind drei sterne das sind drei sterne hier also da steht nur noch der magier tor da kann der damit da braucht jetzt keiner eine taktik aufbauen so nach dem motto ab dafür brauche ich noch einen magier oder so ich glaube aber schon toller angriff sehr sehr knapp und im gesamtergebnis ich glaube der ck ist noch nicht ganz rum ich muss mich jetzt auch ein bisschen sputen doch er ist zu ende er ist jetzt zu ende er war eben noch nicht zu ende 53 zu 51 für den clan eritakus gegen die best smasher also schon ein krasses ergebnis mit nur zwei stern 11 dreier auf der seite der best clasher 13 dreier auf der seite ich meine klar das sind die die zwei sterne die die halt mehr haben und bei den zerstörungen sieht es natürlich auch entsprechend aus 94 90 zu 91 60 da fehlen jetzt im oberen bereich zwei sterne und ich glaube aber jeder hatte so ziemlich seine angriffe gemacht ja hier wird auch wirklich alles ausgenutzt von den beiden clans hier außer ok der monsterchen das monster hat nichts mehr gemacht weil wahrscheinlich ganz ganz aussichtslos keine ahnung und der toni hat seinen zweiten hier auch nicht gemacht okay ich hatte aber achtern hatten dann ist der toni wahrscheinlich gedreiert worden muss ich mal eben schauen toni 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 war hier ja doch okay er ist gedreiert worden das haben wir beim stream schon gesehen und dementsprechend absolut hätte irgendwo jetzt oben noch was machen müssen auf dieser seite das heißt also da hier jetzt auch nicht mehr viele sterne fehlen hätte er auch schon acht ein zehner machen müssen oder ist das hier ein dass ein elfer glaube ich manchmal weiß ich selber nicht muss ich reingucken aber dass auch ein elfer das schon sehr schwer vielen dank an beide clas vielen dank an die gml dass ich das stream durfte und jetzt auch ein recap machen durfte ich muss mich jetzt auch sputen ich muss jetzt in die sc cwl rein bei den west clashern hier mit diesem account aber ich wollte das unbedingt für euch hier zu papieren ich hoffe das hat euch auch gefallen wenn ja dann dass man am ende nach oben da abonnieren nicht vergessen die glocke stellen und immer mal wieder ein bisschen auf twitch vorbeigucken mit der youtube geschichte das das überlege ich mir mal noch mal und dass mir das ein bisschen tiefer durch den kopf gehen bis dahin euer tuto